So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und guckt euch das an, saumayane, ein Oran Soda und ein Lemon Soda, jetzt denkt ihr, bist du bekloppt, die hast du doch schon mal getestet, das ist richtig, wir haben schon mal eine Folge Ramses Kitchen gehabt, im Schlafzimmer, ganz alte Folge, 100.000 Jahre alt, da hatten wir Oran Soda, Lemon Soda und sogar das Mojito Soda, das ist aber so lange her, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das geschmeckt hat, aber ich glaube, die waren richtig genial, jetzt habe ich die in einem Fanpaket bei Fanpost mitbekommen und möchte die deshalb in besserer Qualität hier aktuell nochmal testen, Oran Soda, Lemon Soda, wir machen gleich mal das Lemon auf, denn Zitrone ist halt immer so eine Sache, Zitrone kann gut, kann schlecht, ist meistens einfach übelst sauer, aber das mag ich, wenn ich Schnitzel esse und die tun einfach so eine Zitronenscheibe drauf, tue ich auch immer die Zitronenscheibe über das Schnitzel drüber, hau mir die danach noch rein und alle so, ih, willst du meine Zitrone, ich esse die eh nicht, deswegen, gucken wir uns das mal an, wie das schmeckt, das Lemon Soda, Ja, das schmeckt auf jeden Fall gut, das ist nicht zu sauer, das ist nicht zu süß, das ist nicht zu westrig, das hat vollen Geschmack, das schmeckt auch frisch, wie frisch gepresst, das ist so ein herrlicher Geschmack, Ich habe jetzt gesehen, als ich gegoogelt habe danach, ob ich überhaupt das schon mal hatte, ungesehen habe, ich hatte das schon, dass auch andere Videos gemacht haben und wirklich auch behaupten, das ist das beste Soda, was ihr je haben könnt, probieren könnt, Lemon Soda, also für alle Zitronenliebhaber, gönnt euch das, ich weiß gar nicht, wo es das direkt gibt, wo das her ist, Hier, Fonte DiCrodo, 1931, zweimal Soda, ich weiß nicht, wie viele Sorten es insgesamt davon überhaupt gibt, wir wissen auf jeden Fall, es gibt mindestens drei, Zitronen, Orange und Mojito, Ich glaube, damals hat auch einer geschrieben, er fandet das Mojito, ich glaube, Jojo, Jojo, vielleicht war, es war irgendjemand, irgendjemand hatte geschrieben, ohne Scheiß, er findet das Mojito sogar viel, viel besser, als die zwei anderen und feiert das übelst ab, ob das noch so ist, ob mittlerweile mehr Leute Orange Soda kennen und Lemon Soda, schreibt es rein, wir probieren noch Orange und auch hier ein richtig angenehmer Geschmack, das ist leider jetzt nicht gekühlt, das stand einfach so hier in der Küche rum, wenn das gekühlt ist, Das ist nicht wie Fanda, Fanda ist manchmal total süß und klebrig, andere Sachen schmecken nur nach Sirup, es schmeckt wirklich richtig frisch gepresst, richtig gesund, richtig stark, ihr habt die ganze Mafia-Banden-Familie hier hinten drauf, die würden töten dafür, damit die Qualität hier aufrecht bleibt, ja, da ist so viel, guckt doch mal, Aquamineral, der Fondi, die Krodo, also aus der Krodo-Quelle, vom Fondi-Fluss, alles dabei und es ist sogar Solo-Oranz-Sizilian, eine einzelne sizilianische Orange ist auch mit drin, das finde ich so stark, wir haben jetzt hier auch unser Bierglas, was wir am Montag bei Chill mit Ramses immer, guckt euch an, die Farbe, das ist eine natürliche Farbe, das ist gelb, das sieht richtig pervers aus, das ist Oran-Soda-Farbe, wie ihr es hier nur einmal im Leben seht, das ist Lemon-Farbe, guckt ihr das an, so richtig, wow, ich habe noch nie so eine Farbe gesehen und ich sehe schon, das passt perfekt in das Glas rein, deswegen werde ich mir jetzt zum Abschluss noch das Soda-Oran-Lemon-Soda-Mix, beides mit einmal, obwohl, oh mir ist es jetzt schon so schlecht, aber, ich meine das ernst, das schmeckt wirklich saugenial, wenn ihr das nicht kennt, das ist kein Product-Placement, ich teste ja vieles, aber immer, wenn ich das getrunken habe bisher, fand ich das mega stark, ich trinke vieles, ich teste vieles, immer sagst du so, naja, nichts Besonderes oder, ah, übelst süß oder, äh, total komisch, aber Oran-Soda-Lemon-Soda, gerade diese Dosen, die sehen auch nach was aus, gönnt euch, das ziehe ich jetzt hier weg und dann muss ich mir gleich noch meinen Samyang-Topf reinziehen, ich habe nämlich noch nichts gegessen heute, aber vorher erst mal so viel trinken, dass man gar keinen Hunger mehr hat, Prost! Guckt euch das mal an, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist wie Fruchtfleisch, ah, mein Gott, das ist wie Fruchtfleisch, was sich hier überall absetzt am Glas, vorher waren nur noch Bierreste drin, jetzt setze ich da Fruchtfleisch ab, weil das so frisch gepresst Oran-Soda ist, einfach nur, das ist total lecker, total super, mir fehlen die Worte, mir fehlen die, Adi, Adi, Schatz, was machst du da auf dem Schrank? Adi, Schatz, guck mal, Oran-Soda, ja, war Bierzähnchen und hier ist mein Samyang-Topf, das sind nämlich hier eigentlich, sind da, äh, äh, das sind eigentlich Samyang-Curry-Nudeln drin, ganz viel, zwei Packungen, da mache ich nämlich jetzt hier ein bisschen, äh, Coleslaw-Salat dran, ess das zusammen, cremig, richtig gut, ne, Adi, Schatz, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zu Ihnen, peace out, vorhaut, euer Adi, 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 Peace out, vorhaut, euer Ramses, egal, löscht das, habt ihr nicht gesehen.